Derby, elf Tage. Ernsthaft, was tun wir hier? Ich war an demselben Punkt wie du. Entzugskliniken sind für den Arsch, aber... Entschuldigung, Derby, ein Anruf für dich. Meine Mom ist im Krankenhaus. Ich muss weg. Derby, du kennst die Regeln. Wenn du abhaust, landest du wieder im Knast. Die Straße ist gesperrt. Ich muss nach Salt Lake City. Niemand kommt hier durch, bis der Sturm vorbei ist. Sie können in der Touristeninformation warten. Na, wie heißt du? Derby. Sandy. Ed. Ich bin Ash. Lars? Hast du das WLAN-Passwort? Hier gibt's kein WLAN. Beim Bau meinte ich einen Balken für ungefähr zehn Sekunden. Ich hol dich da raus, okay? Versprochen! Hey, geht's dir gut? Mach's dir gemütlich. Willst du mit? Wir bleiben hier, bis der Sturm sich legt. Wir holen dich heraus, so schnell wie möglich. Tja, du spielst gegen den Mann und nicht das Blatt. Da hat jeder so sein Ding, hä? Was ist ihrs? Das musst du schon selbst rausfinden. Fünf! Lauf, lauf! Vier! Legen Sie Ihre Waffe hin! Drei! Ich will hier nicht sterben. Zwei! Wir müssen hier weg. Es wird noch eine lange Nacht. Auf! Mach das Licht aus. Das ist bloß. Bis dahin hier! Das ist bloß! Teufel ein Mann und Motorrad. Untertitelung des ZDF, 2020